Als nächster Redner am Wort ist Elmar Potkoschek, Budgetsprecher der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Staatssekretär, ich habe sehr aufmerksam heute dem Finanzminister zugehört. Ich kann durchaus vielen Zielen, die er angesprochen hat, folge leisten und es nachvollziehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe wohl den Willen, aber mir fehlt leider der Glaube. Was die Sozialdemokratie anbelangt und ihre Argumente, kann ich nur eines sagen. Das Beispiel Frankreich zeigt, mit Klassenkampf ist eine Volkswirtschaft nicht zu sanieren. Und die französische Bevölkerung hat ja unlängst bei der EU-Wahl gerade den Sozialdemokraten nicht nur die gelbe, sondern die rote Karte gezeigt. Es ist für uns Politiker, glaube ich, erste Priorität, dass wir dafür sorgen, dass den Menschen mehr Geld in den Taschen bleibt, dass sie mehr Brutto für Netto haben, um erstens einmal die Kosten des täglichen Bedarfs decken zu können und auch ein eigenständiges Leben führen zu können und nicht abhängig sind von Transferleistungen. Und ein großer Teil unserer Bevölkerung ist derzeit von Transferleistungen abhängig und das sollten wir dringend abstellen. Seit Jahren fordern wir umfangreiche Strukturreformen, wir fordern, dass in den Staatsstrukturen eingegriffen wird, dass man darüber nachdenkt, ja nicht nur nachdenkt, dass man handelt, wo man den Staat schlanker machen kann. Ich habe hier von dieser Position aus etliche Male auf Beispiele im Ausland hingewiesen, aber auf das Beispiel Schweden, Dänemark etc. Aber immer wieder wurden wir mehr oder weniger belächelt und es wurde nur gesagt, das ist nicht möglich. Und da ist Zeit vergangen und nochmals Zeit vergangen und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass wir jetzt kurzfristig eine Steuerreform wollen, die nahezu nicht finanzierbar ist. Und daher kann ich nur darauf appellieren, an alle Regierungsvertreter so rasch wie nur möglich in die Strukturreform einzutreten. Wir müssen den Staat schlanker machen und da hat der Vizekanzler durchaus recht, ja. Der Mittelstand muss wieder mehr Geld in den Taschen haben. Arbeit muss sich wieder lohnen, ja. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es müssen auch die Ausgaben, die Sozialausgaben müssen auch gesenkt werden. Und wir müssen den Verwaltungsspeck auch in diesen Bereichen radikal reformieren und müssen den dementsprechend abbauen. Es gibt unzählige Vorschläge, haben wir ja bereits gehört, vom Rechnungshof, Österreich-Konvent, ja, wie lange ist das schon wieder aus? Nichts ist letztendlich geschehen. Und dann kommt die Mehrheit von der Gegenfinanzierung, von der Sozialdemokratie. Ich möchte endlich einmal ein Konzept sehen. Wo können wir die Vermögensteuer als Gegenmodell zu den Einkommens- und Lohnsteuern mal sehen? Bis jetzt hört man nur, dass es so viele Reiche gäbe, circa 80.000. Interessant ist nur, dass ihr seinerzeitiger Finanzminister Lazina bereits 1995 die verbleibenden Vermögensteuern abgeschafft hat, weil die Einbringung derartig kompliziert war und letzten Endes so wenig dabei rausgekommen ist. Auch jetzt kann man davon ausgehen, dass circa 20 bis 30 Prozent allein an Administration von Nöten ist. Das ist einer Bevölkerung nicht zumutbar, dass sie wieder nur für den Verwaltungsspeck mehr oder weniger Geld abliefert. Und eine Substanzsteuer ist grundsätzlich abzulehnen, weil der Unterschied zu USA und Kanada ist der, die haben relativ geringe Einkommenssteuer und damit können sie Vermögen schaffen und mit diesem Vermögen können sie auch eine Vermögensabgabe leisten. Die österreichischen Vermögenden, sofern es die österreichischen Vermögenden gibt, haben ihr Geld längst so gebunkert, dass da wahrscheinlich nichts zu holen sein wird. Weil entweder es ist in Stiftungen und die Stiftungen wollen sie nicht angreifen oder es ist sonst irgendwo deponiert. Ja, aber wie soll das funktionieren? Das Barvermögen, das Barvermögen ist bereits besteuert durch die Käst. Also und dann kommt noch zusätzlich die niedrige Zinsbelastung, beziehungsweise die niedrigen Zinsen und die Inflation. Wir haben ja derzeit schon eine Vermögensteuer, allein schon in Form der Käst bei den Haben-Zinsen. Bei den Immobilien, ja, die Bauern, die werden sich freuen, wenn sie noch mehr Grundsteuer leisten müssen. Die Häuslbauer, die Häuslbesitzer, da haben sie gesagt, sie wollen eine Million Freigrenze einführen. Ja, wie wollen sie das feststellen? Bei den Immobilien wollen sie in die Häuser gehen und die Bilder aufschreiben, die Ketten etc. Ja, aber wo wollen sie es dann holen? Ich habe noch kein konkretes Konzept bis jetzt gesehen. Und dann kommt noch dazu, dass das Ganze auf Basis einer Selbstbemessung von Staaten gehen soll. Na, das schaue ich mir an, wie die Leute nachher ihr eigenes Vermögen aufstellen. Letztendlich, und das haben Vorredner von mir schon gesagt, wird eine Vermögensteuer wieder nur die Mittelschicht treffen und die kleinen Häuslbauer und dann letzten Endes noch diejenigen, die Mieten zahlen, weil alle Grundsteuererhöhungen auf die Mieten umgelegt werden. Herr Professor Greiner, ich weiß, Sie sind unheimlich gescheit, aber ich sage, fahren Sie nach Frankreich, schauen Sie dort die Praxis der sozialistischen Wirtschaftspolitik an, dann hoffe ich, sind Sie einmal endlich geheilt davon. Ich kann nur eines sagen, der Herr Vizekanzler Spindleger hat auf das Regierungsprogramm verwiesen und auch auf Strukturreformen ebenfalls hingewiesen. Ich kann ihm empfehlen, es hindert die Regierung niemand daran, in die Strukturen einzugehen. Auf alle Fälle, die Opposition wird bei vernünftigen Vorschlägen mitgehen. Aber ich erwarte mir einmal dementsprechende Vorschläge. Ein großer Teil der Bevölkerung sei derzeit von Transferleistungen abhängig, hebt Elmer Potkorszek, Budgetsprecher der FPÖ, hervor. Dies müsse man abstellen, fordert er. Eine Vermögenssteuer, derzeit noch ohne konkretes Modell, um letztlich den Verwaltungsspeck zu finanzieren, lehne er hingegen ab.